guten tag hier ist der gusua wieder und es scheint ich mache mal wieder den sound ein bisschen leiser es scheint wohl wieder einer auf meine base ein bisschen reingefallen zu sein und er hat mir sogar ein schild gegeben dann ist das gar nicht so verkehrt plus jetzt muss ich mal gucken wer es probiert hat bei mir sehr geil finde ich ja geil ja guck mal den geben wir uns mal kurz ah ok ok aber ganz ehrlich ich meine warum mache ich denn ein earthquake warum denn hier da seht ihr ich habe es gerade erst umgestellt gerade nach der letzten folge habe ich mir nach gedacht stellst du mal noch ein bisschen um und das ist natürlich dann auch richtig sinnvoll weil kennt ihr selber garantiert das problem ihr baut ich sage jetzt mal hier ist zum beispiel die 10er mauer lang und dann kommt hier aber ein mauerbrecher und bricht diese wand auf weil das nur eine achtermauer ist deswegen dachte mir auch die in der ecke machst du auch zehn das hat natürlich schon wieder mal richtig was gebracht so let us have a look at this so genau der pustet die natürlich schon schön weg das ist richtig geil ja die schweine sind weg das ist klar dass sie diesen ja schon mal instant durch hat die die skelette hier eben auch das ist alles nicht zu vernachlässigen echt wirklich 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 ja die luftfeger machen hier übel das ist natürlich richtig geil der eine ist zwar schon weg aber der andere dann bin ich da mit der variante dass ich da zwei zu stehen habe gar nicht so verkehrt gelaufen queen will rein Kommt aber nicht rein klar weil das nur ein rage und kein jump ist Alter die sind ja aber richtig knapp dabei alter die sind echt Gut reinkommen bloß wie gesagt ich hätte das rathaus ja in anführungsstrichen zum verschenken gehabt so ist es ja nicht Also ich hätte das ja wirklich gesagt gut okay komm pokies die paar dinger sind durch hauptsache mein dunkles ist nicht weg Also das hätte ich ja noch verschenkt ist natürlich besonders geil dass er es jetzt nicht hinbekommen hat nicht mal das rathaus zu kriegen Richtig edel richtig edel So jetzt könnte mir die queen natürlich echt gefährlich werden Die geht die hätte mir ganz ehrlich da muss ich auch ganz ehrlich wirklich sagen die hätte mir halt richtig Den den tag noch versauen können die wäre als nächstes höchstwahrscheinlich mich dann an das dunkle gegangen Aber hat gepasst Dann ist das doch in ordnung also haben wir wieder was In ordnung gebracht hier zack zack und ich weiß dass die beiden luftfeger da gar nicht so verkehrt sind Das ist doch cool ne weil dann sieht man wieder oh nice Läuft auf jeden fall so ich habe euch das ja im letzten video versprochen Habe das natürlich dann wieder vergessen so ich würde ja logischerweise in den Clanlog reingucken Der war mega knapp also mega knapp ja Karte ansehen lichtl hat er natürlich die base Wirklich die base und das war mir so klar aber das seht ihr gleich Das war mir so klar dass die Dass der das ist höchstwahrscheinlich nicht mal gewonnen wird Also beziehungsweise gewonnen schon aber nicht gefreestarrt wird und jetzt gebt ihr euch das bitte mal Ich glaube der wurde hier von links angefangen Ja genau von links kam er an mit seinen kleinen gollis Und dann wurde natürlich gleich Die adler artillerie ausgelöst halt und die Seht mal selber die haut schon echt gut Rauf auf jeden fall Golem ist so gut wie down Beziehungsweise splittet sich gleich genau da ist es passiert Und jetzt geht der pecker er und die pecker erst auf die Adler artillerie los Helden sind auch super low also auf jeden fall Und man denkt ja wirklich ach komm hier da das townhall ist ja wirklich geschenkt Ja ihr seht es halt Und man muss man muss halt wirklich auch sagen Das ist halt eben schnell so dass man denkt Oh naja gut okay hier guck mal hier Moment gucken wir uns das mal oben an hier Zack 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 und die Infernus brutzeln halt richtig gut Und man darf das halt wirklich nicht vergessen Ich gehe jetzt mal wieder nach unten ihr wisst ja wie es hier dann endet Hier unten Man darf das halt wirklich nicht vergessen Wenn man alles direkt aufeinander hat Ist bei so einer fail base ja immer So eine sache dass die sachen die dev gebäude sich halt gegenseitig dann Trotzdem weil sie halt so mega mäßig nebeneinander stehen Dass die sich halt richtig richtig gut verteidigen man denkt immer ach naja total easy total easy Ist also ich meine er hätte natürlich gut daran getan Erstmal townhall mäßig aufzuräumen aber Gut hat er nun mal nicht gemacht Und deswegen hat er natürlich auch nur in one star kassiert Und dann Passt das also wie gesagt so viel dazu War eine richtig knappe kiste Ich wurde gestartet Ach komm das geben wir uns Wie gesagt ich muss nichts verheimlichen Das ist vollkommen in ordnung Aber vom ersten Okay Gucken wir mal Keine wiederholung Oh schade Schade Das ist natürlich ein bisschen Arm Dass die jetzt keine Wiederholung mehr haben Oh irgerlich Ist das nach dem update Ich weiß es nicht Nee eigentlich nicht Aber gut Gucken wir uns hier mal ein bisschen was an Was wir hier haben Würde ich jetzt gerne mal Heroischen angriff Sehen Ich weiß selber nicht wie es ausgeht Okay er lockt schon mal nicht Also wie gesagt Ich bin daher jetzt mittlerweile echt ein gebranntes Kind Also ich werde mich demnächst dann auch wieder Richtig aufs locken konzentrieren Dass da nichts daneben geht Und sonst hat man da echt mal einen schnellen Problem Und ich werde auch für die nächsten Male Erstmal keine R-Taktiken ausprobieren Sondern halt wirklich sagen Gut okay komm Ich greife mit Bodentruppen an So Ja der Freeze ist halt Auf Level 1 halt noch nicht so mega krass Aber Town Hall ist down Aber ich denke mal der Inferno Auch wenn er auf Multi ist Aber der Splash trotzdem ordentlich rein King Geraged Und 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 Das wird jetzt Doch das müsste klappen Der Inferno geht down Der Inferno geht down Einwandfrei Ganz knappe Kiste Aber auf jeden Fall Hat es geklappt Und dann werden definitiv auch noch die 50% locker Einwandfrei Passt Und wie gesagt Bitte bitte bedenken Es ist nur Town Hall 9 gewesen Also Alex ist Town Hall 9 Und greift Town Hall 10 an Ganz ganz wichtig Das heißt also auch wieder 20 Truppen weniger Die er zur Verfügung hat Das sollte man halt wirklich Beachten Bei so einer Geschichte So und dann halt jetzt klar Vollkommen richtig Ja sind wir ehrlich Das ist jetzt nicht so neu Für jeden Dass man halt dann noch guckt Wo irgendwie Prozente zu holen sind Das ist natürlich Vollkommen richtig Und ihr habt es gerade gesehen Bei dem vorletzten CW Hat man es halt echt gemerkt Nur durch die Prozente Wurde da halt Über Sieg und Niederlage entschieden Einwandfreies Ding Passt Wie gesagt Wer Also ich hatte ja jetzt in den letzten Videos dann Wo ich mich sehr über die Three Stars gefreut habe Wer Der Meinung ist Naja Das ist doch gar kein Thema Das ist doch gar nicht weiter wild Dann ist das auch vollkommen in Ordnung Dann dürft ihr auch gerne andere Videos gucken Von anderen YouTubern Die es vielleicht besser machen Oder die sich über andere Sachen Freuen Sage ich jetzt mal so Oder für die andere Sachen Standard sind Vollkommen in Ordnung Ist es okay Bei mir werdet ihr das nicht anders sehen Ich freue mich trotzdem über einen Three Star Also wenn wir den nicht kassiert haben Sondern eben Eben einem reingedrückt haben Und da kann das auch ein normaler Go Wipe Angriff sein Ich freue mich da trotzdem Und das ist denke ich mal auch Vollkommen in Ordnung Dafür muss man sich nicht irgendwie Schämen oder sagen Ah naja Das ist doch total Standard So sehe ich das So Wie gesagt Jetzt gut gedefft Gucken wir mal Wie es überhaupt im Devlog aussieht Zweimal hintereinander gewonnen Gucken wir uns Hatten wir Doch den hatten wir glaube ich Im letzten Video gesehen Ja klar Okay Geschenkt Klar Und Ansonsten hier Guckt mal Also das ist gar nicht so verkehrt Hier Also Hier habe ich nochmal Übel auf den Sack bekommen Da gab es nochmal 2,6k weg Und dann läuft das Also guckt euch mal den Log an Hier 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 richtig übel Aber das ist auch schon wieder Zwei Tage her Einwandfrei Also ansonsten passt das Wenn ich damit überlege Wenn ich mir jetzt den Angriffslog an gucke Ohoho Also das sieht schon ganz akzeptabel aus Und von daher Ich muss auch wirklich sagen Nach dem Update Ist meiner Meinung nach Das wirklich Ja einfacher nach oben zu gehen Auf jeden Fall Also Wie gesagt Wenn ich überlege Als ich da jetzt das erste Mal halt in Champ gekommen bin Das war für mich Also klar Ich habe gequeenwalkt Aber so grundsätzlich War es ja noch eine Schwierige Sache Mittlerweile wirklich Ich habe Ich weiß ja auch noch Dass ich dann In Meister 2 Dann mein Dunkles rausstellen musste Dass es überhaupt irgendwie weiter ging Und wie gesagt Jetzt deft man sich einfach so In Meister 2 hoch Wo du sonst gesagt hättest Hä wie geht denn sowas Also ich weiß das Dass der Tobias Spirit Hawk Auch nochmal Einen Talk drüber gemacht hat Und den hatte ich verfolgt Und da sagt er eben halt auch Naja Es ist jetzt halt einfach Nichts besonderes mehr Also er sagt selber Gut okay Also die Den Schuh kann ich mir nicht anziehen Ich glaube Das wisst ihr auch Aber er sagt halt eben auch Naja Legende ist jetzt auch nicht mehr So krass besonders Ich meine Das war zuvor eben Richtig krass Er war Ich will jetzt Nichts Falsches sagen Aber ich werfe jetzt mal Was in den Raum Um und bei Der Zehnte in Deutschland Könnte das sein Also ich will jetzt nicht Komplett falsch liegen Haut mich da bitte nicht Aber Da sagt er halt eben auch Ja da war es halt noch Eine richtig schwere Nummer Und mittlerweile Hm Okay Ist jetzt nicht mehr so schwer Aber wie gesagt Den Schuh ziehe ich mir nicht an Ganz klare Sache Aber nichtsdestotrotz Sind wir Obwohl wir die Poki Jagd ja noch nicht mal gestartet haben Schon richtig gut dabei Was ich richtig richtig nice finde Ist hier einfach mal zu erwähnen Der Cody Guckt euch mal bitte die Base an Base technisch ist das ja Noch nicht der Knüller Also jetzt vom Ausgemaxten Zustand Weil Guckt mal Luftabwehr nicht Maxt Minenwerfer sind Gemäxt Genau Magier Türme mittlerweile auch Teslas hat er mittlerweile Auch schon angefangen Die Ich weiß noch Als ich sie angeschaut habe Als er bei mir war Hatte er die wirklich Ich glaube ich auf Level 1 Oder Level 2 Wo ich dann auch sagte Junge mach mal was Ne aber das hat Richtig gut gepasst Und wie gesagt Selbst Und er sagt dann auch Als er in Champ 2 Gerade war Sagt er auch Ey hier oben Das läuft Und ihr seht es ja auch Gerade selber an seinen Ressourcen Also er knabbert jetzt Nicht irgendwie am Hungertuch Er ist am Am Maxen Der Anderen Sachen Also sprich Hier wird ein Expo gelevelt Hier wird eine Tesla gelevelt Also das Das geht alles Das heißt also Hier macht er noch die Kaserne Die dunkle Also das ist schon alles Hier auch Also er ist voll beschäftigt Und Das läuft ja auf jeden Fall Für ihn Weil das ist ja was anderes Wenn man jetzt sagt Gut okay Ich gehe komplett Straight nach oben Egal was passiert Ich gucke nicht links Ich gucke nicht rechts Hauptsache ich gehe nach oben Oder Ich gehe nach oben Und mache nebenbei Noch einfach mal So meine Base Also das ist schon Eine ziemlich geile Nummer Gefällt mir Richtig Richtig Cool Das war es hierzu Wie gesagt Das wollte ich euch Zu diesem CW Auf jeden Fall Mit auf den Weg geben Jetzt gucken wir noch mal Ob der kleine Diese hat schon mal angegriffen Da Da möchte ich mal reinschauen Ach komm Wir geben uns erstmal In von Lichter Ich muss noch mal kurz zurück Wie gesagt Ich möchte absolut Ich möchte absolut Nicht Absolut nicht haten Oder sowas Aber als ich die Am Anfang gesehen habe Sagte Nova auch schon Scheiße Die haben alle Infernos Die Da kriegen wir eine Packung Klar wird es für uns Townhall 9 Richtig schwer Townhall 10 Zu besiegen Klare Sache Aber ich dachte mir halt Wirklich dann schon Als ich hier Wie gesagt Ich gehe gerne noch mal Auf den hier Einfach um zu zeigen Als ich Die Base gesehen habe Dachte ich mir halt auch Na gut okay Ähm Das ist halt nichts Das ist halt Das ist Das ist kein Townhall 10 Meiner Meinung nach Klar Im Dev Bereich Hat er den Vorteil Ganz klar Aber guckt mal Ich meine eine 7er Queen Ein 7er King Was ist denn das Das ist nichts Und von daher Können die natürlich Auch nicht so mega stark angreifen Das ist natürlich dann Unser Vorteil Klar Wenn ich dann ankomme Mit Queen 26 King 25 Dann kann man da natürlich Ein bisschen mehr machen Aber klar Die haben die Infernos So Aber wie gesagt Ich will da noch mal zurück Nein Ich will nicht nach Hause Ich will noch nicht gehen Ich will noch ein bisschen tanzen Ja okay Da habe ich schon Vor ein paar Malen gebracht Egal Finde ich immer noch geil So Jetzt gucken wir mal Der kleine Lichte Boy Wird hier angegriffen Äh Auch wieder Go wipe Mal gucken was er an der CB hat Weil ich hätte mir jetzt fast gedacht Hätte er ja eigentlich Einen dritten Packer Noch Äh Eine dritte Packer Noch bei haben können Also Mauerbrecher Dass das lief Okay Hat er noch Ein Golem drin Aber das finde ich ist für meine Verhältnisse Finde ich ist der Sind die beiden Golems dann schon ein bisschen spät gesetzt Oder wie seht ihr das Also Die hätten schon noch was früher kommen können oder Auf jeden Fall Hat die Adler Artillerie da einiges Zu tun Jetzt kommen die Ja Was hat er Ich meine er hat die ganzen Magier Die sind gar nicht weiter gekommen Die sind gar nicht weiter irgendwie reingegangen Packers ist ja schön und gut Aber Die werden gegrillt Der große Wächter ist auch gleich down Da ist auch nicht wirklich mehr was Aber die Reichweite vom großen Wächter ist schon echt episch Das ist schon richtig richtig krass Ja Aber Er hat halt wirklich die Die Rechnung Ohne Ohne die CB gemacht Ganz klare Kiste Zack zack Und da war es Ende Klar Dann Hatte sich das Erledigt Gucken wir mal wie er es beim DZ-Jax probiert hat Ich denke mal auch wieder mit einer Go-Wipe Ja Und man muss dazu sagen Die haben beide Glaube ich fast identisch das Base-Layout Wenn ich das nicht ganz falsch gesehen hatte Aber nichtsdestotrotz probiert er es jetzt Eben an einer anderen Stelle Und hat da natürlich Genauso gefehlt Aber grundsätzlich ist die Idee Zuerst die Adler-Artillerie Natürlich auszuschalten Ja gar nicht so verkehrt Also dass man jetzt sagt Gut okay komm Bevor ich hier jetzt ständig Immer auf die Fresse bekomme Will ich die halt erstmal weg haben Klar Das macht Sinn Und ich meine die 40er Helden Ich meine die können ja schon was Das ist ja jetzt nicht so Dass die jetzt total low sind Die sind einfach mal maxed Freeze hat da zwei gedroppt Und er spielt definitiv nicht mit Blue Stacks Das ist schon mal ganz klar Und hier wird es jetzt Ah okay Da muss man aber auch echt sagen Da ist der halt echt mal richtig fail gesprungen Ganz ehrlich Das hätte noch enger ausgehen können Auf jeden Fall So Hier haben wir wie gesagt Den großen Wächter Ziemlich dicht in der Schusslinie Und Ja Aber Die Entfernungs machen halt auch was Ah hier Ganz ehrlich Das wird Ah okay Okay Weil sonst Echt Das wäre schon eine knappe Kiste geworden Ganz ehrlich Klar Wie gesagt am Ende Sagste Hätte Hätte Fahrradkette Wenn das Wörtchen Wenn nicht Ihr wisst es selber Also von daher Er hat verloren Und Da sieht man halt eben mal Wirklich dieses Town Hall Russian Bringt nicht unbedingt was Was jetzt bei ihm Nicht der Fall war Ganz klar Also hier I love me Will ich jetzt nicht irgendwie sagen Dass der hier wer weiß wie Gerusht gewesen wäre Hier auf jeden Fall auch besser angegriffen Als Meiner Meinung nach Beim Bei Lichtless Base So Die Folgen werden wieder viel zu lang Ich hoffe es hat euch gefallen Und ich wünsche euch was Ihr haut rein